Hallöchen meine lieben Freunde und Willkommen zu einem neuen Unboxing Video der Lootest. Ja, die packen wir jetzt aus und zum Schluss gibt es noch ein kleines Schmankerl, was ich geschenkt bekommen habe von meiner Freundin. Also lasst euch schon mal überraschen. So. Okay. Wow. Geil. Geil, geil, geil. So schaut das Lootbook aus. Danger, Biohazard. Nicht schlecht. So, und stelle ich die mal runter. Die gute alte Lootest. Und ja, das Lootbook. Ja, machen wir es mal dahin. So, dann geht's los mit Haribos. Na, cool, cool. Dann haben wir ein Sticker. Weiß jetzt aber nicht, von was das sein soll. Keine Ahnung. Kann ich jetzt nix dazu sagen. So, dann haben wir eine... Soll das das Weller Corporation Logo sein? Kann das sein? Ich bin mich da jetzt nicht. Dann haben wir hier eine Mütze. M7. Hm. Auch keine Ahnung, was das heißen soll. Boah, das ist eigentlich cool. So gefällt mir. So, was haben wir denn hier? Aha. Ja, kaum habe ich ein Puzzle im Gewinnspiel, dann kommt gleich wieder ein neues Puzzle. Und zwar von Superman. Batman will wie Superman. Und da ist halt das Superman Quarfti Puzzle. 200 Teile. Nicht schlecht. Aber brauche ich dann wieder nicht. Das werde ich dann wieder mal verlosen. Ja. So, dann haben wir ein... Ne, jetzt machen wir es später. Jetzt machen wir es mal das hier. Zwei komplette Storys. Plus Civil War 2. Leseprobe Spider-Man und Deadpool. Okay, wieder mal ein Comic dabei. Das ist cool. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich das noch in die Kamera halte. Oh, was haben wir hier noch so? Ah, das ist Civil War 2. Okay. Ja. Nicht schlecht. Okay. Ich habe jetzt auch wieder mal diesen Monat Comics gekauft. Richtig geil. Freut mich. Oh! Was haben wir hier? Geiles T-Shirt sehe ich schon. Ha! Da ist auch Krieger. Da ist auch Krieger. Okay. Na ja. Na ja. Da hätten wir von Resident Evil. Zombie. Was? Zombie Mob. Was? Zombie Mob. Schwarz. Aber ganz ehrlich. Ach, grabe T-Shirts. Ich habe nur Resident Evil gelesen, da lachte ich mir, hey cool. Aber irgendwie gefällt mir das nicht. Hm. Wird verlost. Das brauche ich nicht. Das gefällt mir nicht. Und Grau ziehe sowieso so ungern an. Das ist dann aber so meistens farblos. Was? Also wird dieses T-Shirt auch mal verlost. So. So kommt ja eine Tüte. Ja. Und dann kommt schon das letzte. Und ihr seht schon, ja. Eine Funko Pop Figur. Die nächste. Von Captain America. Geil. Civil War. Captain America. Geil. Ich habe nur Iron Man, ne. Ich glaube ich habe nur Iron Man. Aber ich muss jetzt ganz gerade. Ganz gerade. Oh mein Gott. Ganz gerade. Genau sagen. Ich habe ja gesagt, es gibt nachher noch einen Schmankerl. Meine Freundin hat mir was geschenkt. Und zwar. Eine Black Widow Figur. So. Das ist jetzt von Avengers. Genau. Sie hat auch gesagt, sie wollte mir schon eine Captain America Figur schenken. Also wusste sie jetzt nicht, ob ich schon eine habe. Aber. Jetzt habe ich eine. So. Dann packen wir die mal aus. Okay. Und so schaut der gute Junge aus. Hinten hat er sein Schild. Ja. Also richtig cool wieder. Wieder eine Figur mehr. Im Schränkchen. Und dann packen wir natürlich auch noch die Black Widow Figur aus. hoch. Und da ist er. Und da ist er. da ist. Hier unten immer was bootes. Hmm. auf jeden Fall mit Captain America's Schild. Von hinten schaut sie so aus. Also nichts besonderes dann. Aber. Auf jeden Fall. Cool. Boah. Die ist aber klein. Okay. Ja. Äh. Schauen wir uns das hier nochmal an. Also. nicht mit dem Spiel. Also nichts mit dem Spiel. T-Shirt. Hass. Captain America's Civil War. Justice of Dawn. Da hätt's noch gegeben. Dawn of Justice. Und Batman Graffiti. Okay. Achso. das ist das Biohazard. Äh. Binne. Okay. Ähm. Dann hätt's aber noch mein. Plus gegeben. Mass Effect Andromeda. Das hab ich aber nicht. Warum? Ach doch. Habe ich auf dem Kopf. Ich Idiot. Ah. Okay. Das ist von Mass Effect Andromeda. Das neue Spiel. Okay. Cool. Ja. Das war's von der Box von der Loochest aus dem Monat Dezember. Wenn das Video euch gefallen hat, dann macht doch einen Daumen nach oben. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Bis dahin. Bleibt dran. Bis dann. Euer Steffo. Ciao. Ciao.